Wir, die Fritz-Mühlen-Bäckerei, stehen für regionales Bio-Landgetreide, handwerkliche Herstellung und ethisches Handeln. Hallo, mein Name ist Jonas Mehrot, Produktionsleiter der Fritz-Mühlen-Bäckerei. Ich bin Bäckermeister, bin seit 2020 hier in der Produktion. Hier in der Backstube in Eying sind wir seit zwölf Jahren. 1987 hat der Gründer die Fritz-Mühlen-Bäckerei gegründet, erschaffen, ins Leben gerufen. Wir sind jetzt mittlerweile 80 Leute im Unternehmen und wir sind hier im Produktionsstandort 40 Leute und backen unser täglich Brot. Unser vielseitiges Sortiment liefern wir an unsere fünf eigenen Filialen, an ca. 70 Naturkost-Fachhändler und an einen Großhändler. Wir definieren uns über unsere hervorragende Qualität. Deshalb haben wir uns für die Firma Handmann entschieden, um unsere Qualität zu halten und sie noch zu verbessern. Bei uns kommt hier Handmann Vf 830 zum Einsatz mit der dazugehörigen Schneideeinheit. Wir produzieren damit Kastenbrote, die sehr weich sind, langzeitgeführt und unsere ganzen glutenfreien Brote. Die Handmann-Maschine zeichnet sich aus, dass wir ohne Öl, ohne Mehl die Produkte durchfahren können, in einer sehr hohen Leistung, sehr gewichtsgenau und es lässt sich alles sehr schnell und hygienisch reinigen. Der Handmann-Teigteiler kommt seit einem halben Jahr bei uns zum Einsatz. Er läuft täglich 15 Stunden. Wir sind vollauf zufrieden mit ihm und wir würden uns jederzeit wieder dafür entscheiden. Was uns auch noch gefällt an der Firma Handmann ist der Service und der Kundendienst. Sie sind immer für uns da. Ein Anruf und Sie sind vor Ort. Kastenbrot. 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 Untertitelung des ZDF, 2020